Moin sind Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Wraps Play. Wir müssen jetzt mal so einen Läufer versuchen, dass wir den kontrollieren können. Was ist denn das? Äh, ein Stein. Das ist doch da oben an unserem... Ah, können wir irgendwann mal vielleicht nochmal hingehen. Wir müssen jetzt erstmal eine Schnellreise machen. Und zwar gehen wir einfach mal zu diesem Lagerfeuer. Und wenn wir dann da angekommen sind, dann werden wir uns da mal ein bisschen umgucken. Und dass wir so einen Läufer irgendwie kontrollieren können. Wir haben jetzt an unserem Stab dieses Gedöns da gebaut. Von dem Endgegner, von dem, ähm, wie heißt der? Verderbten? Verdorbenen? Irgendwie so hieß der Gute. Und von dem haben wir eine Maschine ausgebaut. Und diese Maschine haben wir in unseren Stock getackert. Und dort soll er uns jetzt helfen, eine Maschine kontrollieren zu können. Und da ist aber erstmal ein Schwein. Und wir können jetzt einen Läufer überbrücken. So, ich muss nochmal kurz die Karte aufrufen, weil jetzt wird mir immer das Ding da angezeigt. Äh. Einen Läufer überbrücken. Machen wir das doch mal von oben, hä? Vielleicht geht das. Ja. Ich dachte, die Säle sind ein bisschen weiter oben fest. Ist doch fieses Wetter gerade. Hinten ist doch ein Läufer. An Ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Ähm. Sieht der mich hier oben? Ich muss mich ihm nähern. Ich muss mich ihm nähern. Aber was soll ich machen? Soll ich mal probieren, da ins Gebüsch zu springen? Und jetzt? Okay, dann mal los! Komm jetzt, mach schon! Es hat geklappt! Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Klaber! Haha, wie cool ist das denn? Braver, Junge! Die Geschwindigkeit der Reitmaschine durch Antippen wird sie langsamer. Du musst den Kampfangriff treiben, ja, eins und steige mit Dings ab, okay? Alter, wie schnell geht denn das Ding? Okay, der ist echt schnell. Läuft! What the fuck? Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Ich kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht bin ich auch immer mehr im Wissen. Oh, fuck, da kommt einer. Okay, mit dem Reiten ist ein bisschen... Steig mal ein bisschen ab. Oh, falsche Tasse. Alter! Weg mit dem Teil. Nein, ah, Moment. Ich muss mal ein bisschen auf die Seite reiten. Okay. Wie cool, ey, wir können reiten. Okay, dann ab geht's. Da vorne ist das Tor schon. Sehr schön. Das ist ein Händler. Verkaufen. Oder Seilwerfer. Diese Waffe wird uns beim Schienen am Boden fest zu binden. Aha. Schattenschleuder. Oh, mit drei Modifikationsblechen. Kaya, Scharfschützenbogen. Stolperfalle. Kaya, Jägerbogen. Outfits. Eisjäger. Oh, das sieht geil aus. Haha, ist das teuer. Rohstoffe können wir kaufen. Fallen Tränke. Brauchen wir eigentlich nicht. Platzkisten. Spezialobjekte. Karte Metallblumen. Ja, her damit. Karte Banukfiguren. Karte Alte Gefäße. Karte Panoramen. Was fehlt mir da? Fettes Fleisch. Aber was sagen mir denn die Waffen? Guck mal, so ein Scharfschützenbogen. Langsam feuert aber äußerst zielsichere Bogen. Eignet sich am besten auf Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Kann modifiziert werden. Mit dem Jägerbogen kann man Feuerpfeile machen. Ähm. Hier kann man aber auch noch was anderes mitmachen. Allerdings haben wir ja schon einen Bogen. Komm, wir lassen das einfach mal. Wir reiten mal zum Tor. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen verstürzt zu sein. Holst du schneller ran? Her! Oh, und das sind viele. Erzmutter Tiersa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kajar-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein. Ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du es schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich es schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Mach das nicht, Resh. Ah, nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Hm. Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja. Ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Ich sollte jetzt gehen. Aloy. Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie... Sie befall mir dieses Tor, um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstrupp-Massakers. Eine weilige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Vala. Ich tue, was ich kann. Ja, dann machen wir das doch als erstes, hä? Die Sucherin vor den Toren. Ähm, auf Karte anzeigen. Juhu, das ist aber weit weg, ey. Da oben ist noch eine Blume. Oben ist noch eine Blume? Das gucken wir uns an, dass da noch eine Blume ist. Bevor wir hier weitergehen, dann nehmen wir lieber alles Alte noch mit. Die Händlerin an der Brücke, die müssen wir auch nochmal anquatschen, weil da war ja noch was. Also, wenn da ja noch eine Blume ist... Blume ist... Da oben drin. Also muss entweder der Eingang hier sein oder von der anderen Seite oben. Ich glaube nicht. Das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Eingang für irgendwas. Es sieht nicht so aus. Wenn wir im Wasser voll gucken, Steine raus. Also können wir da auch nicht reingehen. Ähm... Nicht da. Was ich mich frage, so Roboter, die werden ja... Gibt es hier irgendwo eine Fabrik? Oder so? Die Maschinen herstellt? Weil irgendwann müssen doch mal alle Roboter weg sein. Die werden ja nicht neu geboren. Die zeugen ja keine Kinder, oder? Da oben ist so ein... Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Ich glaube, man muss von da oben nach rechts dann. Also wenn wir von oben runterlaufen, rechts rum. Weil da waren solche weißen... Äh, gelben... So Schnüre. So Seile. Ich schätze mal, man wird sich über die Seile irgendwie darüber hangeln können. Hier gibt es nichts mehr für sie, sagt sie. Hier ist eine Hütte. So, warte mal. Wir sind hier. Schleifstein. Zum selber ankurbeln. Cool. So, guck mal. Und hier geht es nämlich auch noch raus. Dann müssen wir theoretisch jetzt hier weiterlaufen. Was war das? Nee, das war kein Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. So. Hier ist so ein Tor. Guck mal da. Da, 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 da. So, weiter da hinten. Die könnte dann... Irgendwo... Sie sehen irgendwie anders aus. Haha. Geil. Sie sehen irgendwie anders aus, sagt sie. Was? Rotfragment. Licht des Mondes. Zieht westwärts. Sie blumen Schatten. Licht nach Osten. Nicht so und wahr. Keine Ahnung, was es von mir will. Aber es ist mir auch egal. So. Da wir jetzt die letzte Blume noch gefunden haben... Ist dort hinten was. Panorama. Ah, das war sozusagen erstmal das Tutorial. Heiliger. Aber wir müssen noch... Was ist denn? Warte mal. Wir reisen nochmal zu der Händlerin. Ich will das andere Ding auch noch kaufen. Die andere Karte oder was sie da hatte. Ähm, ansonsten verkaufen wir einfach ein paar Sachen. Wir verkaufen ein paar Sachen und dann kriegen wir bestimmt auch andere Sachen dafür. Und dann haben wir nämlich auf jeden Fall alles schon mal auf der Karte drauf. Und können das dann zügig freispielen. Ich will auf jeden Fall... Ich muss nicht alle Sachen haben. Ich muss nicht alles einsammeln. Aber ich will so viel einsammeln und mir angucken, wie es halt... Äh, wie es so möglich ist. Weil die Rätsel und so darum machen ja auch ein bisschen Spaß. So. Wo ist denn die Händlerin? Ach, ihr ploppt auf einmal ein Tor auf. Der Reisepaket wurde entfernt. Ein ganzes Leben. Immer im Becken. So. Kaufen. Schatzkisten. Spezialobjekte. Da brauchen wir fettes Fleisch. Fettes Fleisch. Fettes Fleisch. Aber auch gefährlicher. Ja, wir suchen jetzt mal nach Tieren. Da sind Dino und da ist ein Schwein. Wir brauchen ein fettes Fleisch. Was ist denn da? Ein Bogen in die Richtung. Achso, der ist da hinten. Okay. Och, hör doch auf. Es wird dir nicht gefallen. Oh, oh. Alter. Da vorne steht ein Haus oder so. Das ist... Das ist ein Waschbär. Keine Munition mehr. Komm, gib mir fettes Fleisch. Fettes Fleisch. Sehr geil. So, wir müssen uns... Ich kaufe mir jetzt die Karte. Dann machen wir uns noch Munition neue. Oder was kostet die denn? Auf jeden Fall kein fettes Fleisch. Nee, Stahlspitzen und so. Wäre auch blöd, wenn man fettes Fleisch für einen Fall brauchen würde, oder? So, Spezialobjekte. Banukfiguren. Gibt's hier nicht, Banukfiguren. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Das ist... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Gut, dann gehen wir mal zum Panorama. Natürlich haben wir jetzt kein Reit-Team mehr, weil wir einfach weggelaufen sind. Scheiß, Tor ist echt kaputt. So, ein Panorama. Hier, das Lagerfeuer haben wir schon aktiviert. Können wir mal zwischenspeichern. Oh, Käse. Da ist ein Gubbel, Gubbel. An die Leute, die mal The Witcher 3 gespielt haben. Was sagt denn ihr dazu? Wenn ihr das jetzt hier euch angeguckt habt oder vielleicht auch Silber spielt. Ist das hier besser oder The Witcher? Würde mich mal interessieren. Anorama. Wie kann man hochklettern? Einen Moment. Vielleicht werde ich hier hochklettern müssen. Da oben auf dem Baum? Will den Kuppel, 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 okay. Okay, den haben wir. Panorama. Wie funktioniert denn das mit dem Panoramen? Muss ich hier vielleicht auf den Stein? Oh, die Sonne blendet. Was macht man mit dem Panorama? Anorama. Anorama. Karte. Wegpunkt setzen. Fragezeichen. Was ist das? Keine Ahnung. Was tut man damit? Was ist das? Auf Panoramacache zugreifen. Er ist das Panorama gefunden. Aha, jetzt ist es weg, oder was? Oh, jetzt hört er auf zu reden. Kann man mir das denn mal angucken. Egal. Oh, 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 oh. Verdorbene Maschine. Das ist ein Plünderer, ne? Alter, was geht denn hier ab? Alter, was geht denn hier ab? Ähm, Eis-Schockbombe. Boah. Okay. Zwei Hits hat er gebraucht. Verdorbene Maschine. Sehr, sehr krasses Teil. Und bei dem Plünderer kriegt man ja auf jeden Fall gar keinen Schaden gemacht. Habt ihr gesehen? Ich hab auf seine Schwachstelle geschossen. Ich probier's nochmal. Ich hab auf seine Schwachstelle geschossen. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Warum sind die verdorben? Das ist dieses rote Zeug. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wenn Sie nicht gehen. Das ist das. Einer läuft noch da hinten rum, ne? Zwei sogar. Okay. Der stille Schlag ist natürlich sehr, sehr gut jetzt hier für diese Situation gewesen. Ich glaube... Vielleicht werfen wir mal einen Stein. Der eine von unten kommt hier lang. Ich habe keine... Okay. Ey, Liga. Und ein Stich am Boden. Oh, geh mal da raus, geh mal da raus. Alter. Okay, die geben aber gutes Zeug hier. Bedorbene Maschinen. Boah, die... Die droppen, ey. Die droppen richtig. So, aber was hat es jetzt hier mit auf sich? Alte Trümmer, alte Halskette. Was sind da noch drin gewesen? Alte Halskette. Alter Kranz. Alter Kranz. Altes schwarzes Armband. Vielleicht müssen wir echt mal Zeug verkaufen. Scheinen Lichter durch. Ach, ist das fies. Okay, dann gehen wir mal oben gucken. Also oben in dem Gebäude. Also es scheint, als wäre es einfach ein altes... Ist da auch ein Gebirgs? Becken Südtor. Ah. Das scheint, als wäre das einfach sowas wie, ähm... Ein Gebäude, wie man sieht. Und man kann hier auch nach oben rein. Und da findet man alte Überreste. Alte Skulptur. Irgendwas wegschmeißen? Inventar Rohstoffe. Keine Ahnung. Irgendwas können ja... Oder... Oder vielleicht können wir, ähm... Sozialobjekte. Und das... Altes Waffenlager. Altes Waffenlager, deine aktuelle Quest verwenden. Müssen wir gleich mal gucken. Ähm... Schatzkisten. Ungewöhnlich. Warum können wir jetzt auch nicht gebrauchen? Herstellen. Tragekapazität. Reichhaltiges Fleisch. Wo kriegt man das denn her? Ja, wir müssen irgendwas rausschmeißen. Ich will das mitnehmen. Inventar. Inventar. Rohstoffe. Zünder. Draht. Reinholz. Reinholz können wir uns immer wieder holen. Nein, jetzt habe ich es wieder aufgehoben. Leute! Inventar. Rohstoffe. Reinholz. Entfernen. Danke. Dann gehen wir jetzt mal zu einem Händler, hä? Rohstoffbeutel voll. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. So. Wir können es mitnehmen. Sehr schön. Jetzt gehen wir zu einem Händler und verticken erstmal alles. Ab zu einem Händler, dann alles erstmal verticken und dann geht es mit der nächsten Folge weiter. Leute, Leute, Leute. Agrofire. So. Wo ist denn der Händler? Jagdbedarf. Ist das Karst oder wer ist das? Hat der nicht immer Jagdbedarf gehabt, der Karst? Ne, das ist seine Frau. So. Was hat die denn so? Kaya-Schleuder. Na, nur Scheiße. So. Woher weiß ich denn, was ich hier jetzt verkaufen kann? Alter Ring. Weil... Verwendung verkauft gegen Metallscherben. Kann man das nicht sortieren? Feinsknochen, fettes Fleisch. Weichhaltiges Fleisch. Pünderer Linse. Eigentlich auch nicht, ey. Metallrad. Nochmal hier. ISV. Widerstandstränke. Okay. Können wir auch verkaufen. Kauf gegen Metallscherben. Kauf gegen Metallscherben. Nicht der Linse. Ich will mir jetzt eigentlich eh nichts mehr kaufen. Gucken, was es hier sonst noch so gibt. Outfits. Nee, alles blöd. Rohstoffe brauchen wir nicht. Fallen und Tränke brauchen wir eigentlich auch nicht. Schatzkisten. Gratisprobe. So, dann öffnen wir mal unsere Schatzkisten. Inventar. Warte, da war noch eine. Jetzt, Tank. Was ist hier? Cooler Abriss. Modifikator. Wir müssen mal ein paar Modifikatoren... Lecker? Müssen wir mal ein paar Modifikatoren... Ähm... Verkaufen. Verderbnis kann weg. Eis kann weg. Verderbnis Schutz. Fernangriff Schutz. Können wir schon einmal... Eigentlich können wir alle grünen... Können wir rauswerfen. Ein Halteran können wir mal verkaufen. Was verkaufen? Na, keine Ahnung. Hoffen, die brauchen wir noch. Gut. Dann können wir im Inventar... Die Schatzkisten noch aufmachen. Und damit werden wir wieder etwas erleichtert, hä? Gut, Pamarillos. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und stay Pam. Tschüss. Das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drückend, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...